Ja, jetzt heißt es wieder neu im Katalog und zwar neu in unserem nagelneuen noch druckfrischen Katalog auf Seite 139. Das zeige ich Ihnen auch gleich. Finden Sie etwas, was für diese Jahreszeit optimal ist, nämlich einer der modernsten Tischgrills. Ich persönlich liebe Tischgrills, weil die einen viel, viel flexibler machen. Da ist er, schauen Sie es sich an, hier, weil die einen viel flexibler machen, weil man kurzfristig entscheiden kann zu grillen oder auch mal die Stellung wechseln kann. Wenn es eben draußen zuzieht und ein Gewitter gibt, muss ich nicht das Grillen abbrechen, sondern ich grille dann einfach drin weiter. Und wir haben eine absolute Neuheit und wir haben unseren Bestseller heute in der Sendung, wenn es um Tischgrills geht. Beginnen tun wir aber mit der absoluten Neuheit und dann kommt gleich meine Frage an Anne-Kathrin. Anne-Kathrin, was ist hier das revolutionäre Neue? Das ist eine 2 in 1 Kochplatte und das ist wirklich ein absoluter Hammer. Als ich die das heute das erste Mal ausgepackt habe für Sie, habe ich gedacht, die muss ich haben. Das ist für mich persönlich mein Highlight für alle, die gerne grillen, egal wie das Wetter ist. Denn den kann ich für drinnen und für draußen einsetzen. Das kann ich natürlich auch wunderbar nehmen, zum Beispiel als Zweitplatte für eine kleine Küche, wenn Sie kämpfen, im Wohnmobil. Denn Sie sehen das hier schon. Das ist zum einen eine Glas-Keramik-Kochplatte und da können Sie alle Töpfe und Pfannen drauf tun. Alle, ausnahmslos, also wenn Sie zum Beispiel zu Hause zu wenig Kochfelder haben, können Sie das als zusätzliche Platte nehmen. Und das Beste ist natürlich hier ganz einfach in die Steckdose rein, dann können Sie das überall flexibel mit irgendwo hinnehmen. So, dann, und das ist das revolutionäre, einmal die Glas-Keramik-Kochplatte. Dann haben Sie aber hier noch verschiedene Aufsätze. Das hier ist eine Fettauffangschale. Für alle, die gerne ohne Fett grillen wollen, wird das Fett hier dann aufgefangen. Alle Teile sind übrigens auch Spülmaschinen waschbar. Und dann kommt hier zusätzlich noch die Grillplatte ins Spiel. Und die ist jetzt natürlich perfekt, wenn Sie mal am Tisch grillen wollen, im Garten, Balkon, Terrasse, einfach draufsetzen. Da gibt es dann hier auch diese kleinen Halterungen, dann können Sie die jede Zeit hier auch abnehmen. Wollen wir jetzt aber nicht machen, wir wollen natürlich losgrillen. Und das Tolle an dieser Kochplatte ist, die ist ruckzuck heiß. Schauen Sie mal, wir schalten die jetzt gemeinsam an, einmal hier auf an. Und dann habe ich jetzt hier acht Stufen, die ich jetzt hier einstellen kann. So, und jetzt sehen Sie hier schon, es leuchtet. Jetzt stellen wir mal gleich auf Stufe 7 oder Stufe 8, damit das schnell geht. Und das ist jetzt wirklich das Revolutionäre für zu Hause als Kochplatte, indem Sie hier einfach die Platte abnehmen als zusätzliche Platte. Oder eben, hier sieht man es schon, jetzt wird es richtig, richtig heiß. Ja, wenn wir das hier mal anheben, das machen Sie dann zu Hause natürlich nicht. Jetzt ist es heiß geworden, ultra schnell. Und jetzt hier meine Grillplatte drauf. Ja, die können Sie natürlich jetzt auch hier nochmal, auch wenn sie dann heiß ist, hier nochmal ein bisschen zurecht positionieren. Und jetzt meine Frage an dich, Ralf, was darf es denn heute sein? Eher Gemüse oder eher Fleisch? Ja, ich bin ja Fleischfresser, deshalb mach doch beides. Für dich Gemüse, für mich ein paar Würstchen oder so Grillfackeln, das ist ganz egal. Aber was ich jetzt faszinierend finde, das ist übrigens eine absolute TV-Premiere, den stellen wir heute zum ersten Mal für Sie vor, ist, ich habe eine Zusatzkochplatte. Das haben wir mit Infrarot, also unglaublich schnell. Und, wenn ich will, aber auch einen sehr, sehr großen, das muss man jetzt auch mal sagen, also vom Volumen her, sehr, sehr großen Tischgrill. Da kann die ganze Familie grillen, und zwar drinnen als auch draußen. Und jetzt weiß man, dass solche zusätzlichen Kochplatten oftmals auch schon 100 Euro oder mehr kosten. Und hier unser TV-Sonderpreis für Sie, 56,95 Euro für diese absolute Neuheit, die Sie flexibel macht, auch mal auf dem Balkon zu grillen, was ja mit einem Holzkohlegrill nicht möglich ist in den allermeisten Fällen, weil sich dann die Nachbarn beschweren wegen Qualm. Aber du packst da ja ganz schön, kommt noch jemand, du packst ganz schön drauf. Ja, na klar, alle wollen natürlich hier was davon naschen. Das Schöne ist, ohne Fett, ja, und selbst das bisschen Fett wird dann hier auf diese Auffangschale aufgefangen. Und Sie waren ja gerade live dabei, als ich die Kochplatte eingeschaltet habe. Es geht jetzt schon los, ja, es zischt und es liegt. Und es ist wirklich Gold wert. Ich kann dann natürlich ein bisschen, wenn ich jetzt nur Gemüse habe, kann ich auch hier das Ganze regeln mit meinem Temperaturregler. Ja, es geht ultra schnell, es ist fettfrei und ich kann es eben für drinnen und für draußen nutzen. Und auch wenn Sie wenig Platz haben, das ist der Hammer. Schauen Sie, war vollkommen rauchfrei. Ich muss nichts reinigen, ich muss keine Holzkohle kaufen. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Steckdose. Also für mich ist das die perfekte Kochplatte, die ich mir auf jeden Fall zulegen werde. Also die Geschwindigkeit, die beeindruckt mich jetzt enorm, weil wir hören es. Ich sehe es noch nicht, aber ich glaube, Sie hören es zu Hause auch. Dieses Zischen, ja, und dementsprechend wissen wir, da ist eine Hitze in Sekundenschnelle, sage ich jetzt mal, erzeugt. Und das heißt also, keine lange Vorbereitungszeit, nicht vorkochen oder vorglühen lassen oder ähnliches. Einfach anschalten und loslegen. Weißt du, warum ich diese Grillplatten so toll finde beim Grillen? Da ist ja immer der Grillmeister, der steht immer am Grill, währenddessen alle am Tisch sitzen. Und ja, der ist dann irgendwie immer alleine. Hier stellen Sie die Grillplatte einfach in die Mitte vom Tisch und dann tut sich jeder das drauf, was er will. So ein bisschen wie beim Raclette. Das heißt, keiner steht irgendwo allein und alle nehmen sich das runter, was sie wollen und grillen auch das, was sie wollen, ohne dass jetzt einer immer irgendwie abseits steht. Ich finde das ein Hammer. Ja, wenn ich nach deutscher Kultur gefragt werden würde, würde ich, glaube ich, an einer der ersten Stellen ganz klar das Grillen nennen, weil das ist ja Volkssport in Deutschland. Und jetzt gerade bei diesen Temperaturen, es bleibt auch abends wieder richtig lange warm. Da kann man auch wirklich länger draußen sitzen. Und da ist das natürlich genau das Richtige. Es gibt hier auch einen Artikel und zwar über Grillstatistiken und den schauen wir uns mal an. Statistiken zum Grillen. Und da steht, und das möchte ich Ihnen nochmal vorlesen, ganz einfach, da oben haben wir es, jetzt haben wir es hier. Grillen gehört im Sommer zu den beliebtesten Freizeitsbeschäftigungen der Deutschen. Ob im eigenen Garten oder auf der Terrasse, ob im Park oder am Badesee, ein geeigneter Ort für den Grill findet sich fast immer. Und laut einer Statista-Umfrage ist für den Großteil der Deutschen ein Sommer ohne Grillen kein richtiger Sommer. Dabei ist Grillen längst keine Männerdomäne mehr. Nur 35 Prozent der Deutschen stimmten der Aussage zu, dass die Männer grillen und die Frauen zubereiten. Also, das hat sich auch gewandelt. Nicht nur die Männer sind die Grillmeister, sondern auch die Damen. Und wenn es so einfach geht, man muss ja auch eben keine Holzkohle mehr vorglühen lassen, bis die richtig Blut gezogen hat, sondern einstecken, loslegen. Also, hier riecht es so gut, auch wenn ich kein Fleischesser bin. Irgendwie duftet es wirklich herrlich. Und es macht super viel Spaß. Ich bin ja eine Frau, ich grille auch mal ganz gerne selbst. Und so muss ich jetzt aber mich nicht irgendwo hinstellen abseits. Das kommt einfach auf den Tisch, so wie es ist. Jeder legt sich das drauf, was er will. Es nimmt nicht viel Platz weg. Und vor allen Dingen, wenn es mal zu stark eingestellt ist, kann ich jede Zeit natürlich auch umstellen. Das ist ja bei einem Holzkohlegrill immer eher schwierig. Da gibt es immer nur heiß oder kalt. Und hier schauen Sie mal so ein. Oh, der ist duftet rall. Der ist länger drauf, bleibt noch, weil eben man nicht hinterherkommt mit dem Essen zum Beispiel. Stellst du einfach die Temperatur ein bisschen runter. Und da hast du absolut recht. Ist bei einem Holzkohlegrill einfach nicht möglich. Da macht man vielleicht den Grillrost ein bisschen höher. Aber Mann, allein der Duft. Jetzt kriege ich richtig Hunger. Und Sie vielleicht auch nur vom Zusehen. Sie können es jetzt leider nicht riechen, aber Sie haben gesehen, wie unglaublich effektiv und schnell es geht. Es ist ein Highlight. Highlight 2 in 1 Tischgrill, aber auch zusätzliche Infrarot-Kochplatte, die man jederzeit nutzen kann. Und ich muss sagen, mir läuft jetzt gerade das Wasser im Munde zusammen. Ihre Bestellnummer für diese absolute TV-Neuheit ist die NX64,64 und die 569 am Ende. Bitte nicht vergessen, weil nur damit bekommen Sie natürlich auch diesen fantastischen TV-Sonderpreis von 56,95 Euro. Und wir sind ja mitten in der Grillsaison. Also ich glaube, ich habe also auch schon mehrfach gegrillt. Und für mich ist das einfach ein Highlight. Man setzt sich dann gemütlich an den Tisch. Und du hast recht, wenn natürlich alle am Tisch sitzen und grillen, ist das super. Und jetzt kommt eine typische Handbewegung, wenn es ums Grillen geht. Die mache ich jetzt mal. Ja, meine typische Handbewegung ist diese. Bitte, ich nenne doch mal eine Zucchini und ein Würstchen, bitte. Die sehen ja schon gut aus. Ein Würstchen. Und ich mache jetzt vertretungsweise für Sie den Geschmackstest, während wir wechseln zu unserem Bestseller. Und dieser Bestseller rechts von mir ist wirklich ein absolutes Highlight, war lange, lange ausverkauft. Jetzt kommt die nächste Lieferung in wenigen Tagen. Und wenn Sie da dabei sein möchten, bei diesem fantastischen Tischgrill, ebenfalls nur für 96,95 Euro. Dann müssen Sie jetzt gleich vorbestellen. Und Anne-Kathrin zeigt uns jetzt mal, was da die großen Vorteile bei diesem Grill sind, während ich mein Würstchen probiere. Das ist ein ganz, ganz fantastischer Tischgrill. Der ist ständig ausverkauft. Ich kann es aber auch verstehen. Denn das ist ein Tischgrill, auch hier wieder mit, also für drinnen und für draußen. Den stellen Sie einfach hier auf den Tisch drauf, so wie wir das gemacht haben. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob Sie den jetzt drinnen oder draußen einsetzen. Balkon, Terrasse oder dann im Wohnzimmer. Jetzt werden einige sagen, naja, im Wohnzimmer mag ich das eher nicht so. Da riecht mir das dann zu stark. Und jetzt, und das ist eben wirklich ganz fantastisch, jetzt kommt hier dieser Glasdeckel zum Einsatz. Sehen Sie das? Das ist ein ganz schwerer Glasdeckel. Und jetzt kann ich in meiner Wohnung grillen, ohne dass ich jetzt hier wirklich eine Geruchsentwicklung habe. Und das ist wirklich ein Highlight. Hier an der Seite stellen Sie dann die Temperatur ein. Das heißt, auch hier steht wieder niemand am Grill irgendwo abseits. Sondern das machen Sie hier ganz komfortabel. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist für mich ein Highlight. Weil schauen Sie mal, Sie haben hier nämlich zwei verschiedene Platten. Sie haben einmal diese Grillplatte, diese ganz typische mit den Riffeln. Und Sie haben natürlich aber auch, das finde ich zum Beispiel ganz toll für Gemüse hier, die Ablage. Das heißt, zwei unterschiedliche Zonen für zwei unterschiedliche Grillfelder. Auch hier wird es natürlich wieder ganz schnell warm. Also das ist natürlich hier ein absolutes Highlight. Kein Anbrennen. Alles geht sofort los. Ja, hier einmal einstecken. Und ich würde sagen, wir legen mal los mit Grillen. Den Deckel muss ich nicht festhalten. Der bleibt ja so, wie er ist. Den kann ich übrigens auch jede Zeit rausnehmen. Also das ist hier gar kein Problem. Und ich würde sagen, wir grillen mal los. Ja, gerne, gerne. Was ich, komm, ich gebe dir die Gabel. Was ich hier schön finde, auch gerade mit diesem Glasdeckel. Erstens mal rundum grillen oder wenn man auf dem Balkon grillt, wenn man dann Richtung Hauswand geht, ist das ein absoluter Spritzschutz. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Also, Sie sehen, ein absolutes Highlight. Eine unglaubliche Nachfrage nach diesem Tischgrill. Erstens mal, weil er so toll aussieht, weil er so zweckmäßig ist, so groß und wahrscheinlich auch, weil er so extrem günstig ist. Das ist 56,95 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Und hier kommen wir von einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 120 Euro. Bitte jetzt schon bestellen. In wenigen Tagen kommt die nächste Lieferung und die ist schon wieder fast zur Hälfte vorbestellt. Das heißt, das wird auch, wenn er dann da ist, wird der Vorrat nicht lange reichen. Dann ist es ausverkauft, weil jetzt ist einfach Grillzeit. Und ich muss sagen, ich liebe es auch hier, wenn man mit Freunden und Sie mit Sicherheit auch mit Freunden, mit der Familie so ganz gemütlich draußen sitzt und zuschaut, wie das Grill gut fertig wird. Hier drüben brutzelt es weiter. Ich glaube, ich muss mal wieder umdrehen. Aber es ist einfach so toll. Und ich bin nicht der Einzige, der der Meinung ist, wir haben für diesen Grill jede Menge Zuschriften bekommen. Und da möchte ich Ihnen einfach mal stellvertretend ein paar vorlesen. Zum Beispiel I.M. aus Kirbsee schreibt, man benötigt kein Öl, um einen perfekten Lachs hinzubekommen. Sehr gut. US aus Frankfurt schreibt, für das schnelle Grillen mal zwischendurch oder auch geplant. Und wir haben von BB aus Lünen, toller Tischgrill, besonders gut gefällt mir, dass ich den Glasdeckel auch als Spritzschutz nennen kann. Und eine machen wir noch. PW aus Minden schreibt, super Teil, ein Blickfang auf unserem Balkon. Also hier ist endlich auch mal Grillen auf dem Balkon wieder möglich. Weil was bei einem Holzkohlegrill eben überhaupt nicht möglich wäre. Und es geht so schnell. Sie waren ja gerade dabei. Ich habe ihn gerade eben erst eingeschaltet. Sonst hätte ich ja schlecht auf die Grillplatte greifen können. Und das ist das Schöne. Es ist super energiesparsam, weil es eben sofort heiß ist. Du kannst es natürlich auch jede Zeit am Tisch dann einstellen. Ja, wie heiß soll es sein, damit es zum Beispiel Gemüse, damit es eben nicht verbrennt. Oder zum Beispiel mal so eine Grillfackel, wenn man schnell Hunger hat, ganz auf volle Pulle stellen. Es ist einfach für 56,95 Euro ein Highlight. Und schauen Sie mal, hier durch diesen Deckel haben Sie dann eben auch nicht so eine starke Geruchsentwicklung, wenn Sie es zum Beispiel in der Wohnung platzieren wollen. Sehen Sie das hier, geht sofort los. Und vor allen Dingen bleibt das Aroma dann auch hier enthalten. Du hast auch hier wieder natürlich eine Antihaftbeschichtung. Das heißt, du musst es natürlich auch nicht einölen, einfetten. Und da ist jetzt Ihre Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob Sie es machen wie der Herr, der ein bisschen Lachs drauf macht oder Schrimps oder natürlich hier Würstchen. Es ist einfach mein persönliches Highlight und nicht nur meins, sondern auch von ganz, ganz vielen Kunden eben einer unserer Bestseller. Und hier sehen wir Hamburger mal selber machen hier. Das ist natürlich auch ein Highlight. Aber egal, was Sie grillen möchten, egal wie Ihre Vorlieben sind, ob die vielleicht auch hier vegetarisch sind oder dann, wenn es ein richtig schönes Teebohnsteak sein will, es ist alles wunderbar gegrillt. Der Glasdeckel übrigens noch ein weiterer Vorteil. Die Hitzeverteilung kommt dann auch von oben. Das heißt, das Grillgut wäre noch schneller, noch besser durchgebraten. Aber es macht einfach Spaß. Grillen ist eine Kultur. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Also für mich gehört es zu unserer Kultur. Und ohne Grillen ist kein Sommer. Das haben wir gestern und vorhin auch gelesen. Und deshalb sage ich Ihnen hier für unseren absoluten Bestseller nochmal die Bestellnummer. Das ist die NC 5918 und die 569. Bitte jetzt vorbestellen. In wenigen Tagen kommt die Lieferung. Der TV-Sonderpreis ist wirklich phänomenal. 56,95 Euro. Da wird das Brot mit gegrillt. Und jetzt kommt, oh, guck mal. Da läuft die ja jetzt nicht so. Aber mir läuft da jetzt wirklich das Wasser wieder im Munde zusammen. Ich glaube, ich hole mir gleich mal noch ein bisschen Würstchen. Ja, gerne, gerne. Hau rein. Also da darf einer aber auch das Wasser im Munde. Ich kenne niemanden, der nicht gerne grillt. Allein schon dieses gesellige Beisammensitzen. Jetzt sind ja endlich die Temperaturen da. Ich liebe das. Selbst als Nicht-Fleischesser. Ich liebe Grillen. Ich liebe Gesellschaft. Ich mag das einfach, wenn man so zusammensitzt. Und jetzt natürlich noch schöner. Ich bin wetterunabhängig. Ich kann es überall einsetzen. Selbst in der Wohnung. Sie sehen hier keine Rauchentwicklung. Nur leckeren Geruch vom Grillgut eben. Und ich bin da ein ganz, ganz großer Fan von. Und der sieht ja auch so schön edel aus. Durch diesen Glasdeckel. Und Achtung, schade, dass es jetzt kein Geruchsfernsehen gibt. Und eigentlich ist auch adäquates Grillen auch auf dem Balkon möglich. Wo man ja normalerweise, wenn man eben nur einen Balkon hat, verzichten muss. Und es ist unglaublich schnell. Keine Vorbereitungszeit. Man kann jetzt eben mal kurz entscheiden. Komm, wir haben doch noch ein bisschen Würstchen und Schnitzel da. Wir machen den Grill an. Und dann stellst du ihn hin, schaltest ihn ein. Und sofort geht es los. Ohne Zeitverlust. Oder natürlich geplant. Aber bei geplanten Sachen ist oft mal so, dass das Wetter dann nicht mitspielt. Wenn man drei, vier Tage vorplant, habe ich hier kein Problem. Auch wenn man kurzfristig in den Regenguss draußen kommen sollte. Wir nehmen den Grill, tragen ihn rein und grillen drinnen auf dem Tisch weiter. Das ist eben die Freiheit, die wir hier haben. Und nochmal, für mich gehört Grillen zum deutschen Kulturgut. Komm, ich hau mal noch ein paar Würstchen drauf. Unsere Kameramänner schauen schon so hungrig. Irgendwie schon, ne? Da haben wir schon ein paar durch. Das ist wunderbar. Die werden wir nachher gleich verteilen. Und man sieht das auch gleich. Die sind auch so. Wenn Sie sehen, es wird irgendwo gegrillt, dann kriegt man gleich so ein Schmunzeln ins Gesicht. Mir geht es selbst so, wenn ich rieche, dass die Nachbarn grillen. Man riecht es ja. Dann sagt man, oh, die machen sich einen schönen Tag. Das ist einfach so unglaublich ein positives Lebensgefühl. Wenn Sie ein gutes Verhältnis von den Nachbarn haben, die grillen und sie riechen es, gehen sie gerade mal rüber und sagen, oh, ich bin gerade zufällig vorbeigekommen. Hab dann noch was übrig. Aber das sind so Sachen, die ganz zufällig. Ich finde die so schön. Ich liebe es zu grillen. Und ich weiß, dass die, wir haben das ja vorhin auch in den Statistiken gesehen, dass die meisten deutschen Grillen lieben. Und jetzt, ich sage mal, geht man vielleicht nicht mehr ganz so oft raus wie früher. Dann macht man sich das daheim auf der Terrasse, auf dem Balkon, im Garten schön und grillt eben. Und das geht natürlich besonders schnell und effektiv und sauber mit unseren Elektrogrills. Das ist einmal unsere TV-Neuheit, die ich noch mal erwähnen möchte, die wir gerade eben gezeigt haben. Unser 2-in-1-Infrarot-Kochplatte und Grill mit der Bestellnummer NX6464 und der 569. Und jetzt diesen, unseren Bestseller, der endlich wieder lieferbar ist in ein paar Tagen. Und den bekommen Sie mit der Bestellnummer NC5918 und die 569. Jetzt muss ich dich noch mal als Veganerin ansprechen. Also noch vor 10, 15 Jahren, wie dir jemand gesagt hat, Vegan, da wurde er beim Grillen ausgeladen. Ja, bleib du zu Hause, ist heute nicht mehr so. Es gibt auch genug, was du grillen kannst, oder? Super leckere Sachen gibt es da. Wir haben es gerade gesehen, Auberginen, Champignon-Köpfe gefüllt. Ich mache auch die besten veganen Burger übrigens selbst, also mit einem veganen Burger-Patty. Man kann da so viel rum experimentieren, aber auch für Fischliebhaber. Durch diese Antihaftbeschichtung, der Lachs, der wird zart, kann ich Ihnen nur empfehlen. Und wie schade, dass Sie jetzt nicht bei uns sitzen. Deswegen kann ich nur sagen, jetzt unbedingt bestellen, dann überzeugen Sie sich selbst, warum wir diesen Grill so lieben. Der ist einfach ein Knaller für 56 Euro. Vor allem die Platte, die ist ganz leicht zu reinigen, auch bei unserem ersten Grill. Die Platte kann man sogar in die Geschirrspülmaschine packen. Und schauen Sie mal, hier ist das nicht göttlich. Also da kann man auch als Nicht-Fleischesser, da läuft einem wirklich das Wasser hier im Munde zusammen. Ich mache das jetzt ja einfach mal mit den Fingern, oder? Also ganz robust. Die Gabelhabende liegt ja auch da, aber Sie machen das mit Sicherheit auch richtig. Was hier ist, Sie haben es vorher gesehen, ohne Fett. Du hast hier jetzt kein extra Fett verwendet. Und das ist auch schön durch die Antihaftbeschichtung. Auch hier übrigens eine Fettauffangschale, also für die Flüssigkeit, die hier abgeht. Die wird direkt in einer Auffangschale gefangen. Und dementsprechend ist es auch ganz einfach zu reinigen. Also auch hinterher keine große Arbeit. Und jetzt freuen Sie sich schon drauf, auf Ihren neuen Grill, egal für welchen Sie sich entschieden haben. Hier unsere Neuheit, der Infrarot-Tischgrill und Kochplatte. Oder unser Bestseller, der große mit dem Glasdeckel, wo ich auch rundherum grillen kann. Und vor allem auch, wenn ich auf dem Balkon bin, einen Spritzschutz habe. Ich sage Ihnen beide Bestellnummern nochmal. NX 64,64 und die 569 für 56,95 Euro. Und der gleiche Preis, TV-Sonderpreis gilt hier bei unserem Bestseller. Und er hat die Bestellnummer NX 59,18. Entschuldigung, nochmal NC 59,18. Und die 569, den bitte jetzt vorbestellen. Der ist in den nächsten Tagen wieder lieferbar. So, und jetzt ran ans Telefon und dann guten Appetit. Guten Appetit.